Hallo Leute, wir sind wieder an der gleichen Stelle und schau doch an, was ich jetzt bekommen habe. Ein Celebi, und zwar ein Shiny Celebi. Ja, wie habe ich es bekommen? Es heißt, Time schmiegt sich glücklich an dich. Ja, es mag mich. Wie habe ich es bekommen? Ganz einfach, ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Ja, ganz genau. Oder so. Zwinker, zwinker, zu Weihnachten gewünscht. Es war ja gerade eben Weihnachten. Not. So, gehen wir mal wieder zum Schrein. Professor Lent hat ja gesagt, dass an diesem Schrein ein Celebi gesichtet worden ist, dass Zeit reisen kann. Vielleicht passiert ja noch etwas. Oh, es bewegt sich. Was ist los? Und da, die unsere Rewain kommt und sie heißt Lyra. Das heißt, Fokka. Kennst du die Gerüchte über diesen Schrein da? Es heißt, der Waldpatron holen jeden, der damit Unfug treibt. Was ist los? Der Bildschirm wird weiss und... Oh. Was ist los? Was ist los? Huh? Was war das denn eben? Okay, Selby. Was macht es da? Wir drehen uns. Wir haben Drogen genommen. Pfff. Drogen sind echt gut. Okay. Wo sind wir hier? Wir sind an einem völlig anderen Ort. Was ist los? Wo sind wir? Ja, das fragt sie sich auch. Wo ist der Steineichenwald hin? Nein, verschwunden ist er wohl kaum. Sind wir vielleicht einfach an einem anderen Ort gelandet? Das ist echt komisch, Fokka. Im Radio dieses Pokécoms geben sie ein Datum von vor drei Jahren durch. Dann müssen wir in der Zeit zurückgereist sein. Ist dieses Pokémon der etwas Celebi? Jetzt macht alles Sinn. Celebi ist hierfür verantwortlich. Es ist, wie mein Großvater sagte. Celebi setzte die eine mysteriöse Macht namens Zeitreise ein, um die Zeit vor- oder zurückzudrehen. Celebi hat uns bestimmt mit sich in die Vergangenheit gezerrt. Danke, Celebi. Da ist jemand, Fokka. Komm, gehen wir mal hin. Oh, das ist doch unser Rivale. Und hier heißt der Rivale anders, der heißt hier Loser. Die Stärksten. Du hast zu mir gesagt, wir wären die stärksten Menschen auf der ganzen Welt. Und jetzt lässt du das alles fallen? Was soll denn jetzt aus uns werden? Ohne meine Niederlage zu akzeptieren, kann ich nicht nach vorne blicken. Ich werde mich eine Weile in die Einsamkeit zurückziehen, um dann einen noch stärkeren Team gründen. Und dann noch ein stärkeres Gründer. Wo ist denn jetzt bitte deine Stärke? Du hattest so viele Leute um dich versammelt. Und trotzdem konntest du uns ein einziges Kind im Alleingang besiegen. Konnte uns ein einziges Kind im Alleingang besiegen. Durch die vereinten Kräfte von vielen entsteht eine neue, noch größere Macht. So funktioniert dein Team. Das ist die wahre Stärke eines Teams. Ich konnte das Potenzial meiner vielen Untergebenen nicht voll mobilisieren. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem ich Team Rocket zum Comeback verhelfe. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe kein Wort von dem, was du hier sagst, Papst. Okay? Ist der Sohn von Giovanni? Irgendwann wirst auch du das verstehen. Ich wusste gar nicht, dass das der Sohn von Giovanni ist. Und ich will's auch nicht. Ich hoffe, ich werde nie so wie du, solange du dich hinter all deinen Untergebenen versteckst, äh, Tönst du groß herum, aber auch dich alleine gestellt bist du ein Schwächling. So jemand will ich nie werden. Aus mir soll ein großer, starker Mann werden, ohne das Große. Ich werde ganz alleine stark werden. Ganz alleine. Okay, schön jetzt. Was willst du? Starr mich nicht so an. So ein Fiesling aber auch. Was hat er denn für Probleme? So ein Fiesling. Sie sagt genau das gleiche wie ich. Aber worüber haben die beiden geredet? Was hat das alles zu bedeuten? Team Rocket zum Comeback verhelfen? Hä? Hm, es ist wahr, dass Team Rocket vor drei Jahren von einem Jungen aus Kanto in die Knie gezwungen wurde. Dann sind wir wohl tatsächlich drei Jahre in Freiheit gelandet. Was? Celebi macht weiter. Was ist los? Oh, oh. Huh, das ist genau wie vorhin. In Celebi setzt Zeitreise ein oder so. Wir drehen uns wieder. Drogen sind echt gut. Okay. So, und wo sind wir hier in einer Höhle? Und wer ist der hier dieser Typ? Oh, das ist doch der von vorhin. Ich weiß ja nicht, was genau dich hier herführt, aber ein Kind wie du hat hier nichts verloren. Huch, das ist der alte Knacker, der sich eben mit dem Jungen mit dem fünsteren Blick gezofft hat. Dieser Blick vor drei Jahren ist mir schon einmal ein Kind in die Knie gekommen, das mich mit demselben Blick angesehen hat wie du. Ich bin auf dem Weg nach Ducati City, um dem Ruf meiner Kameraden zu folgen. Willst du mir etwa dazwischen funken? Vor drei Jahren? Nach Ducati City? Das wird doch nicht etwa Giovanni sein, ihr Boss, den sie da im Radio angerufen haben. Da hast du's, Fokka. Irgendwas ist diese Durchsage faul. Einschaden hat Team Rocket den Radiosender von Ducati City besetzt, aber um diese Sache hattest du dich doch gekümmert, Fokka. Eine Durchsage von Radio Ducatia. Eine Durchsage von Radio Ducata. Mit Freude verkünden wir heute das Ergnebelst von drei Jahren Hardt-Reibe Team Rocket, Sirke, Kerr, Giovanni. Kannst du uns hören? Wir haben es endlich geschafft. Meine alten Kameraden brauchen mich. Ich lasse es nicht nochmal zu so einer Blamage wie vor drei Jahren kommen. Team Rocket wird wieder auferstehen und sich die Welt untertan machen. Okay, dann viel Spaß. Also das ist Giovanni, wie schon gesagt. Jetzt kämpfen wir mit Giovanni, gegen Giovanni, mit unserem Celebi. Und er hat einen Ido King. Ja, es ist natürlich ein Unfallkampf, das Celebi Level 100 ist, aber ich will auch nur mal Celebi zeigen. Zum Beispiel sein Hammerarm. Ja, Hammerarm sollte es erledigen. Und ich werde das auch ein bisschen beschleunigen, wenn es nötig ist, damit es auch auf die Aufnahme passt. So, zum Beispiel jetzt. Jetzt ein kleiner Donnerblitz. Ich werde auch einfach alle Attacken von Celebi einmal zeigen. So, weg damit. Als nächstes kommt Nidoqueen. Ja, die typischen Team Rocket Boss Pokémon der ersten Generation. Und jetzt kommt mal Eisenschweif. Ja, nicht schlecht. Und jetzt noch ein Kangama, genau. Und Kangama besiegen wir mit Eisenschädeln. So, damit ist auch Giovanni besiegt und Spieler besiegt Rocket Boss Giovanni. Wer oder was bist du? Oder so etwas hat er gesagt. Ich konnte es nicht genau lesen. Es ging zu schnell. Wie kann das sein? Sollen die letzten drei Jahre etwa umsonst gewesen sein? Schon wieder macht mir so ein Naseweiss einen Strich durch die Rechnung. Team Rocket. Mein großer Traum ist geplatzt. Es ist alles vorbei. Und er geht weg. Keine Ahnung, wohin. Aber er geht weg. Hallo? Wo um alles in der Welt ist Giovanni bloß abgeblieben? Ob diese Durchsage wohl bis zu ihm durchgedrungen ist? Lyra sagt jetzt. Egal wie oft sie auch nach ihm rufen, ihr Boss wird nicht mehr kommen. Diese Leute können einem fast leid tun. Ja, sie wollen die ganze Welt erhoben, aber sie können uns leid tun. Ganz bestimmt. Außerdem bekommen sie später ja noch von Fokka eins auf die Mütze. Huh? Fokka ist ja hier. Aber wer gibt denn dann den Leuten von Team Rocket im Radiotum eins auf die Mütze? Oh, wieder weisses Licht. Schon wieder? Oh nein, ich mag nicht mehr. Lass mich wieder zurück in unsere Zeit. Yeah, Drogens sind nicht gut. Okay. Wo sind wir jetzt? Schaut es um. Zeitreisen sind keine sehr angenehme Angelegenheit. Was? Ah, mein Meryl. Oh, Freu. Ich habe dich so vermisst. Oh, das heisst dann wohl, wir sind wieder in unsere Eigenzeit zurückgekehrt. Das war vielleicht ein seltsames Erlebnis, aber wir haben wieder zurück in unsere Eigenzeit gefunden und dazu noch Team Rockets Pläne durchgekreuzt. Ende gut, alles gut, sage ich. Aber wer mit dir reist, kann ein echtes Abenteuer erleben, Fokka. Das war echt toll. Dieser Tag hat mich richtig müde gemacht. Oh, ich kann voll nicht lesen. Ich gehe dann mal nach Hause, ja? Tschüsschen. Okay, tschüsschen, Lyra. Meryl geht auch. So, das war mein Celebi-Event. Celebi-Jaka-Giovanni-Event. Und zum zweiten Mal, diesmal musste ich es nicht wieder irgendwie frei erzählen von dem Englischen her. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video-Event. Bis dann, Leute.